ja hallo und herzlich willkommen zu türchen nummer zwölf heute mit den lennemann karten und wir haben jetzt hier die eulen den schlüssel und die ruten die eulen sind für mich eine stresskarte eine nervenkarte also das heißt es könnte sein dass du einfach nervös bist dass du gestresst ist und die karten sagen hier wenn man gestresst ist wenn man nervös ist wenn man ja also diese innere unruhe hat dann kommen auch mit sicherheit hier die selbstzweifel und ich glaube das ist ein ganz wichtiger punkt wir hatten ja auch schon gestern das thema mit dem vertrauen auf die innere stimme entschuldigung und hier ist es so ein bisschen ähnlich wenn du gestresst bist wenn du nervös bist wenn du eine innere unruhe hast dann ist dein energielevel ja auch ein stück weit runtergeschraubt und dann kann es mit sicherheit dazu kommen dass du an den dingen zweifelst dass du zu viel nachdenkst dass du vielleicht auch zu viel diskutierst ja dass du zu überreaktionen neigst das heißt die drei karten sagen wir kommen so ein stück weit in die ruhe guck dass du nicht überreagierst guck dass du dir selber sicherheit gibst die eulen stehen ja auch für die nacht also es geht für mich auch hier das thema schlafen wenn man zu wenig schläft dann ist man auch leicht unausgeglichen mal abgesehen davon dass man müde ist aber unausgeglichen man neigt da auch eher ja zur melancholie oder eben zu einem erhöhten streitpotenzial und es geht jetzt hier darum die karten möchten dir eigentlich sagen gleich diese thematik aus ja guck dass du dir nicht zu viel stress zumut ist dass du die ruhephasen können können damit du nicht in die selbstzweifel kommst und damit du eben nicht auch ja dazu neigst übermäßig zu diskutieren ich wünsche dir einen schönen tag und sage tschüss bis morgen